Wie zwei Inseln im Meer Von Susan Mallory Es liest Irina Scholz Bis nach Hause war es ein weiter Weg, von dem Ort aus, an dem sie die letzten zehn Jahre verbracht hatte. Blackberry Island, eine Insel in der Bucht des Puget Sound, die über eine lange Brücke mit dem Festland verbunden war, mochte zwar theoretisch in Pendlerentfernung von Seattle liegen, dennoch lagen Welten dazwischen. Das einzige Städtchen auf der Insel pries sich selbst als das Neuengland der Westküste an. Ein Verkaufsargument, das sie nie ganz hatte nachvollziehen können. Die Insel war touristisch und ruhig zugleich, die Uhren gingen dort langsamer. Es gab ein paar hübsche Geschäfte und alles, was mit den Brombeeren zu tun hatte, die der Insel den Namen gaben, wurde gefeiert. Sie verlagerte ihr Gewicht auf dem Sitz. Der Schmerz in ihrer Hüfte war stärker denn je. Ihr Physiotherapeut hatte geschworen, dass es besser werden würde, dass ihre Wunden schneller heilten als erwartet. Sie war den Genesungsprozess jedoch schon leid. Er dauerte ihr viel zu lange. Ihr Körper ließ sich allerdings nicht antreiben. Ist sie schon da? Der Maris stand an der Türschwelle zu Carly Williams' Büro. Carly blickte von der Willkommenskarte auf, die sie gerade gestaltete. Ein Teil des besonderen Charmes, den das Blackberry Island Inn seinen Gästen bot, war die persönliche Note. Carly sammelte Informationen über ihre Gäste, bevor diese anreisten, und legte dann einen handgefertigten Willkommensgruß in ihr Zimmer. Sie ist noch nicht hier, meinte sie zu der Maris. Dann lächelte sie die Köchin an. Ich hab doch gesagt, ich geb dir Bescheid, wenn sie eintrifft. Ich hab sie so vermisst. Sie war so lange nicht hier, gestand der Maris. Das stimmt, murmelte Carly, die lieber nicht darüber nachdenken wollte, wie sehr sich ihr Leben verändern würde, wenn Michelle zurückkehrte. Obwohl sie sich in Erinnerung rief, dass sie diejenige war, die man verletzt hatte, änderte das nichts an ihren Magenkrämpfen. Jetzt ist alles anders, sagte sie sich. Sie war hier zuständig und hatte die letzten drei Monate das Inn selbstständig geführt. Sie war eine wertvolle Bereicherung für das Blackberry Island Inn. Wenn Michelle das nur auch so sehen würde. Da Maris betrat das Büro und setzte sich auf den Stuhl auf der anderen Seite ihres Schreibtisches. Ich weiß noch genau, wie sie mich eingestellt hat, sagte die über 50-jährige Köchin seufzend. Wie alt war sie damals? 16? Ich hatte bereits Kinder, die älter waren als sie. Sie saß da, wo du jetzt sitzt und hatte solch einen Bammel. Eigentlich hätte ihre Mutter sich um diese Dinge kümmern müssen, aber das hat sie nie. Michelle dagegen hat dieses Haus immer geliebt. Carly atmete tief durch. Sie und der Maris hatten schon so häufig über Mutter und Tochter gestritten. Carly gab bereitwillig zu, dass Brenda ihre Schwächen hatte, doch sie war auch diejenige gewesen, die sie gerettet hatte, die ihr einen Job und eine Aufgabe gegeben hatte. Carly hatte ihr einiges zu verdanken. Was jedoch Michelle anging. Ich hoffe, die Neuerungen werden ihr gefallen, sagte sie, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Du hast ihr doch erzählt, was wir alles gemacht haben, oder? Ich schreibe ihr jeden Monat, erwiderte der Maris schnaubend. Nicht, dass ihre eigene Mutter das jemals getan hätte. So viel dazu, das Gespräch in eine andere Richtung lenken zu wollen, dachte Carly. Ich gehe mal nachsehen, ob sie da ist, sagte der Maris und stand auf.